Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite. Zusammen wieder mit Patrick, heute als Muskelkater verkleidet. Servus. Du bist aber auch nicht schlecht verkleidet. Ja, ne? Also ich finde, wir schauen mega aus zusammen. Und diese Animation, die ich gerade gemacht habe, Leute, die ist exklusiv nur für den Jack Skeleton. Ja, die ist schon sehr cool. Ja, letztes Mal hat es geendet mit einem epischen Sieg. Ich hoffe, wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Natürlich. Das heißt, ich würde sagen, auf geht's, ab geht's in die erste Runde. Let's go. So, Leute, auf geht's, auf geht's in die erste Runde. Wie wärst du mit Rizzi Riviera? Ja, kommen wir auch mal wieder mal. Halt's ja gut an, oder? Ja. Warum bist du so schnell? Ich mag die ganze Zeit Leertaste drücken. Hä? Hilft das wirklich? Ja, siehst du doch. Nur bevor der Fallschirm aufgeht, mach ich direkt wieder weg. Hä, du bist einfach... Wie die, oder? Wie die, oder? Krass, oder? Dass es so viel ausmachen hätte ich nicht gedacht. Ich... Okay. Da fliegen auf jeden Fall noch welche hin. Ich geh hier hin, weil hier auch die geilen Waffen sind. Ich hoffe, ich komme da überhaupt noch hin. Also, zwei Teams sind da noch. Gehst du bei mir mit rein, oder? Ja, ich geh bei dir rein. Ich hab noch keine Waffe bis dahin. Ich hab hier zwei. Ja, die sind hier draußen. Ja, die sind hier. Ja. Wo? Wir laufen hier draußen. Okay. Ich geh einfach mal hoch. Komm mit hoch, Patrick. Weiß nicht, wo ich hochkomme. Oh, was ist das? Bin down. Wie easy er mich geholt hat. Komm, komm, komm. Okay, perfekt. Soll ich mir die Kit toppen? Ja. Liegt's hier drin. Perfekt, danke. Ich glaub, da kommt jemand. Kannst du mich kurz teilen? Ich hab's mir die Kit voll gewastet, leider. Okay, schade. Weil dann die Gegner kamen. Oh, da hätt ich dir meinen geben müssen. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Oua, was sind das für Dinger, die er hat? Ja, gibt er mir. Hast du den geschlossen? Hier sind noch mehr Dinger. Bananen, Maiskolben. Das war ein guter Call. Wir müssen weiter. Das ist gehen, oder? Ja, ja. Wir müssen. Ja. Wo war er denn jetzt? Hier ist er. Ich hab ihn getroffen. 116 hat der Mensch. Oh mein Gott. Hast du ihn? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Also hätte ich jetzt die Aufnahme gehabt. Nee, wir gehen nicht drauf. Oh mein Gott. Hast du ja gar nicht mitbekommen. Geil. Als hätte ich Wallhack an. Der letzte. Holy shit. Da war eine Tankstelle. Aber wir müssen auch so in die Richtung laufen. Oh mein Gott. Was? Ich bin dir runtergefallen. Ich wusste nicht, dass dir nichts ist. Äh. Hier ist ein Seil. Kommt von der Brücke. Wo ist ein Seil? Andere Seite, hinter dir. Hast du andere Seite? Laufen. Also dass es da nichts ist. What the fuck. So, schon bewegen hier. Kein Problem. Ich hab einfach Probe. Ich hab einfach Probe. Ich hab schon. Aber jetzt bin ich lowlife. Ja. Glaube ich. Komm. Action. Ja, gehen wir hoch. Okay. Na dann, let's go. Hier sind aber noch Küsten. Hier war noch keiner. Aber ja. Hinter uns ist einer in einem Zug drin, der in der gelben Ding rumfährt. Der kommt jetzt in unsere Richtung. Da ist noch Kiste drin, willst du? Da oben kommt einer. Wo? Ne, der fliegt dran vorbei. Der fliegt dran. Ne, der kommt. Hast du ihn? Ne. Da runter? Der hat's runtergefetzt. Ja. Der könnte aber jederzeit wieder hochkommen, ne? Der kommt. Ja, könnte. Ich hab hier auf jeden Fall diesen Aufstieg im Blick. Ja, da oben. Oben sind zwei. Über uns. Klinge aber woanders hin. Lass das Stump-Bad nehmen. Wir müssen ganz schnell weiter. Nein. Was hast du gemacht? Komm. Jetzt gib mir das Medi-Gild, Mann. Mann. Ich bin doch nicht. Junge, was macht der? Gut. Jack geht's wieder gut. Der fliegt sich zusammen, das alte Skelett. Alter, doch hier kommen wir hoch. Ja. Da ist jemand. Warte, ich komm. Ich bin down. Ich bin down. Kannst du mich holen? Ja, ja. Ich hol dich. Komm, komm, komm. Ich hatte geilen Stuff. Komm, wir müssen direkt weiter. Wir müssen direkt weiter. Weiter. Weiter, 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 weiter. Über uns. Über uns. Über uns. Ja, keine Chance. Scheiße. Schade, Leute. Auf Platz zwei. Ah. Okay. Aber trotzdem Bock gemacht. War cool. Ja. Schade. Richtig knapp. Egal. Aber in die nächste Runde. Let's go in die zweite Runde. So. Wo geht's hin? We're down. Levish Lair. Liar. Lair. Keine Ahnung. Ja. Hört sich gut an. Nehmen wir. Gönnen wir uns. So. Was meintest du gerade? Löwen. Ja. Was ist mit dem? Ich würde es gerne holen. Ach so, ja. Oh, wie er mich erschrocken hat er. Nachladen. Oh mein Gott. Ich bin gleich down. Ich auch. Ich bin down. Da kommt jemand. Eine OP gefüllt. Da kommt zwei. Lass mich liegen. Ja, die haben nur drauf gewartet. Ja, ja. Keine Chance. Ah, wir hätten warten sollen. Okay. Spiel schneiden wir raus. Let's go. So, let's go. Zweite Runde. Ähm. Wo geht's hin? Ja. Ja. Wollen wir mal Hazy Hillside machen? Ja, da waren wir schon lange nicht mehr. Zeig mir gerade nichts mehr. Zeig mir auch. Überhaupt nichts. Bei dir? Ja, ja. Lass mal nach oben gehen. Die sind so offen hier unten. Ja. Geh hoch. Okay, die kämpfen irgendwie. Ich hab' mit einander. Ich hab' nur ne Pumpe. Bin down. Worum sagst du nix? Komm' direkt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich kann mich nur auf einen konzentrieren. So. Let's go. Zweite Runde. Ähm. Wo geht's noch hin? Richtig. Weißt du was? Wir gehen einfach. Ja. Grund, klar. Sie sind so nix. Gut, hier, mach' mal. So, machen wir's. Oh mein Gott, das ist Action. Ja, wir haben uns nicht mehr gekriegt und du musst dich schon in Karacho. Ich lass' dich einfach kämpfen. Ja, passt schon. Okay. Wenn was ist, sag' ich, dann versuche ich schnell zu kommen. Ja. Aber ich hab' gar nichts durch die Leute Musik. Ja, aber bei mir direkt oder was? Der Typ ist bei mir. Okay. Ich hab' auch keine Muni mehr. Okay. Das ist mal die kleine. Ich hab' auch weg. Was weg. Hinter dir. Oh mein Gott, was ist hier los? Er ist gleich da. Ein Hit. Down. Ja, was war das? Alter. Kräftig, gell? Holy shit. Wir nehmen die Dinger. Pisten vor uns. Ja. Das absnacken. Ja. Warum kam das ausgerüstet? Down. Einer zumindest. Mein Gott. Die nehm' ich mir. Lass mich. Gib mich ne Schild, gell? Bin kurz im Haus. Wo ist denn der Typ? Aber noch ein Medikid, perfekt. Aber ich glaub, wir müssen jetzt auch noch. Na, ein bisschen können wir noch looten. Ist der bei dir? Nee. Ach hier. Da, so. Down. Hier ist direkt so ein Ding nach oben. Kann ich direkt hoch? Ja, du kannst direkt hoch. Bin direkt bei dir. Kopfgeld. Du hast schon wieder ein Kopfgeld. Warum krieg ich mal Kopfgeld? Oh, hier war schon jemand. Hier ist jemand. Bin down. Bei mir direkt, Patrick. Der killt mich gleich. Okay, bin down. Ich muss machen, down. Komm, komm, komm. Komm, schaffst du. Die Frage ist, wo? Und ist da. Dann schaffst du gern. Man, überall muss ich nachladen. Ja, das ist scheiße. Ja. Ja, okay. Es war... Ich wollte halt ein bisschen Action haben. Ja, wie war ich überall leer? Ich weiß auch nicht, warum. Schade. Okay, aber Platz 5. Der gar nicht so verkehrt. Also Leute. Einmal zweiter, einmal fünfter geworden. Gar nicht so verkehrt. Leider kein epischer Sieg. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gerne ein Abo und ein Like da lassen oder einen Kommentar. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Dann ciao. 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 Vielen Dank.